Mein Name ist Thomas Müller. Ich bin Inhaber vom Erlebnispark Schungiland und ich erzähle euch heute, warum ich bei der Vermo komme. Ich bestelle bei der Vermo wegen der zuverlässigen Lieferungen, wegen der prompten Lieferungen, der täglichen Anfahrt und wegen guter Preis-Leistungsverhältnisse und guten Kundendienst, die sie bieten. Und darum bin ich sehr gut zufrieden mit der Vermo und ihrem Angebot. Ich bestelle bei der Vermo die ganzen Tiefkühlprodukte, also von den Glassen, Chicken Nuggets, Pommes frites, Bouletschnitzel, alles einfach so, dass die Kinder glücklich sind. Ich bestelle vor allem online bei der Vermo. Ich bestelle oft am Sonntagabend und dann habe ich das Material am Ende, bevor wir wieder auftun, schon wieder im Haus. Und das ist also wirklich ein super Service. Am Osser-Leist-Verwärmen schätze ich vor allem, das ist immer für einen da. Wir werden informiert über die Aktionen und Neuheiten und es ist eigentlich wirklich eine Rundum-Betreuung, die sehr gut klappt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020